Nein, guck an, der läuft rückwärts, der ist aber cool. Oh, hätte funktionieren können. Ja, sowas könnte passieren, oder so ähnlich, wenn ihr hier diesen Weg entlang läuft. Und ich stelle mich jetzt mal hier wieder schön an den Anfang, um euch alle, ja, an mir vorbeihuschen zu sehen. Magst du auch noch kommen, oder? Genau. Und ich stelle mich mal auf, ihr habt drei Minuten Zeit, liebe Freunde. Und wenn Valania bereit ist, dann sind wir es auch. Dann möge das Spiel beginnen. Also ich bin bereit. Ich starte. Ja, gerne. Dann lass das Spiel beginnen. Wie gesagt, 180 Sekunden, liebe Freunde. Viel Spaß und viel Glück. Jetzt müssen wir natürlich wieder gucken. Hallo, ja. Ich sehe gerade auch schon einen, der hier unter der Map ist. Der liebe, ich kann leider den Namen hier nicht erkennen. Delta High. So, ich gucke hier gerade mal. Ach, es ist noch keiner durch, glaube ich. Ich habe schon gemacht. Ja, ich war jetzt auch hier. Hier hinten sind auch noch mal zwei drunter. Die müssten wir mal gucken, wie die heißen. Liebe Freunde, wenn ihr unter der Map seid. Genau, Norik war das. Es ist Norik. Wir rennen unter der Map bis ganz nach vorne. Das ist nicht, das ist nicht... Ja, ich seh die ja dann und... Genau, alle, die unter der Map sind. Ich port euch in die Mitte, aber schreibt genau Justin. S. Justin. Einfach ganz nach oben in die... Herzlich willkommen. So. Äh, X-Tastic-Unterstrich, was? Einmal hier unten noch? Genau, wer bugt noch unter der Map? Oh, liebe Freunde. Wir spielen nochmal ein bisschen in der Gegenkommie. Ei, äh, F3, Abian und, äh, S. Wax-Uterstrich, HD. Der E-Sag ist schon voll, ähm... Und, da ist noch jemand. Ja, einer ist noch tatsächlich da unten. Es ist immer noch X-Tastic. Okay, warte. Schon wieder. So, X-Tastic, du kommst natürlich auch raus. Hier hinten ist auch noch einer. Oh, da springt mir schon wieder. Hier hinten ist noch einer, wer ist hier hinten noch? Wer vergibt sich hier hinten noch unter der Map? Hier rennt einer rum, wer ist das? Hier vorne noch rum Achso, du bist das? Hier, genau, ja Ja, es ist wieder X-Tastic Lieber X-Tastic, was machst du nur? Hush, hush, schnell ab! Und das sind noch 80 Sekunden, liebe Freunde Ich glaube, jetzt ist keiner mehr unter der Map Und schauen wir mal, wer f... Genau, wer hängt hier dann ab? Der liebe... Marumark? Kannst du nicht lesen, würd ich... Ah, Marumark, ja Marumark, ja Marumark 13 Du musst in die andere Richtung, Marumark, dreh nicht um Du hast einen Devilmuskopf, ich geb dir den Tipp Ja, das ist schon angefangen, lieber Denne-Man Ähm, aber nächsten Samstag, um... Och, hier steht noch, hier steht noch Mülle-HD Steht hier noch in der, in der Lobby Ja, dann macht er schon Der hat übrigens, der hat übrigens einen Kopf von dir auf Also es ist so schlimm Nein! Der Denne-Man Ähm, nächste Woche Samstag, 19 Uhr wird, äh, das nächste Event stattfinden Allerdings diesmal ohne mich, denn, ähm, ich bin leider verhindert Ich werde am Freitag wieder streamen Freitagabend, 19 Uhr Äh, für alle, die... Bock haben, Zeit haben, einfach mal einschalten Wir sind wieder unterwegs Und, äh, Valania Achso, du gehst mal gucken, was hier in der Lobby so los ist Wir haben schon fast alle Währenddessen verfolge ich gerade tatsächlich mal Marumark Und Shadow Knight grad nebenbei, die haben echt Pech Die rennen echt auf jeden zweiten raus Ich glaube wohl HD ist, äh, so ein Zwischending Er hat nämlich auch deinen Kopf in der Hand Ah, oh, das ist... Ne, wir machen gleich nochmal 30 Sekunden Verlängerung, liebe Freunde Ach, nur wegen den ganzen Sekunden Geht das, ja, es geht, ne? Ja, 30 Sekunden geht auf jeden Fall Und, ich würd sagen, lieber Shadow Knight, ne? Dreh dich schnell um Andere Richtung, lieber Freund Und du hast es geschafft, perfekt Glück gehabt Na, geht alle in die Holzlobby und Marumark Jawoll Boah, da hängen wieder zu Gibt da 30 Sekunden auf Das ist der Hammer Das ist der Typ, ist der Hammer Ja, es sind ja beim ersten Spiel tatsächlich ziemlich viele ausgeschieden 43 Leute haben wir nur noch dabei, in Anführungsstrichen, nur noch Aber, wie gesagt, wir wollen natürlich... Oh, Verlängerung, gleich Computer sagt nein Die Verlängerung ist bereits, äh, vonstatten gekommen Ich weiß, ich weiß Die Verlängerung ist bereits durchgeführt worden Ich, ich kann das ja gerade mal erzählen Gestern Abend im Stream Ähm, hab ich dem EINERS ausgeschieden, das war Müller HD Ähm, hab ich ihm eröffnet, was denn mein Einsatz... Meine Idee ist für den Einsatz heute Und, äh, das fand er gar nicht so lustig Äh, und seitdem, äh, überlegt er sich hier, wie er aus der Nummer wieder rauskommt Und, äh, jetzt versucht das mit unlauteren Mitteln hier Das ist ja, das ist ja Wahnsinn Ja, ich schaue mich hier gerade mal so in der Runde um Wen sehen wir denn jetzt alles Und zwar den lieben Janurik und Nuclear Gamer Und den lieben Gnar, ne? Timos HD Dich grüße ich jetzt nicht Nein, Quatsch, das wär gemein Das so bin ich nicht Das wisst ihr hoffentlich, ne? Ich wünsche euch natürlich allen viel Glück Aber tatsächlich sehe ich, ähm, einen leichten Übergang anruft gerade Und, wir werden mal sehen, ne? Ich muss mich da wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten, bis ich die Roten so ein bisschen, ne? Unter die Arme greife Ne, liebe Freunde, wir wollen natürlich ein faires Spiel haben hier, ne? Ich möchte aber nicht Landwirtschaftssimulater zocken müssen, nein! Ich hab ihm aber auch angeboten, dass wir das mal in einem Livestream zusammen dann spielen, ja? Wenn er dann seine 10 Folgen gemacht hat, das wär mein Angebot zum Frieden gewesen, also muss ich ja fairerweise dazu sagen Aber ich muss mir das nochmal überlegen, wenn der hier so unfair spielt, das ist ja Schiebung Ich bin dabei mal in die nächste Aufgabe gegangen und, ähm, das ist eigentlich auch ein, ja, die liebst du diese Aufgabe und ich eigentlich auch Das ist, ach, äh, so durch die, durch die Flügel weht, das ist einfach ein Traum für alle, die hier, die sich hier, ja, über diesen Parcours begeben dürfen Ja, tatsächlich, tatsächlich, das ist das Jump'n'Run diesmal, liebe Freunde Ähm, ich hab gerade gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, gerade jemand irgendwie wieder auf Toilette muss Du weißt ja, nach dem zweiten Spiel machen wir das ja normalerweise immer so Ähm, braucht irgendjemand ne Pause, wenn irgendjemand ne Pause ist, eine Minute braucht, dann kurz den Chat schreiben Ähm, Atombombe brauch eine, okay Was, Atombombe? Atombombe, du bist, du bist, äh, ne, das ist Atombombe-Geek Gut, wenn das keiner braucht, ja genau, genau, fragt mal, ob ihr ein Pipi-Pause braucht Ne Hunger, ja, ich weiß, es ist einiger im Hunger Also, ich glaube, ja, was ist, äh, was ist, was ist, was ist, was ist, was, was kann ich für euch tun? Rot ist besser, hehehe Bist du denn schon da? Äh, ich komm gleich, ich verteil grad noch mal ein bisschen Essen, liebe Freundschaft Ich verteile hier ein paar normale Gold-Äpfel, seid aber so fair und wenn ihr ein oder zwei habt oder so, gebt ihr auch an Leute weiter, die auch noch hungern. So, und ich gehe natürlich schon mal weiter zum lieben Glory. Liebe Regie, wie viel Zeit haben wir denn? Melone? Melone gibt es gleich wieder, Gego. Wir haben für diese nächste Challenge haben wir acht Minuten Zeit. Acht Minuten für die Jump-and-Run-Challenge. Und die Köpfe könnten stören, falls sie stören. Ja, wie gesagt, ihr habt lang genug Zeit, liebe Freunde. Und es sind tatsächlich nur Köpfe. Es sieht aber lustig aus, wie die Köpfe hier die Leitern hochgehen. Kommt uns entgegen, meine lieben Freunde. Guckt uns alle an. Genau, viel Glück allen. Und wie gesagt, lasst euch natürlich ein bisschen den anderen natürlich vor euch oder hinter euch ein bisschen Zeit. Am Anfang ist natürlich immer ein bisschen Gewusel. Bei 40 Leuten oder ein bisschen mehr als 40 Leuten ist das aber normal, liebe Freunde. Aber unsere Jump-and-Run-Profis, ne, ich guck tatsächlich, ich bin mal... Oha, ähm... Hier ist schon einer als erster... Oh, hier ist tatsächlich ein Kopf-and-Kopf-Rennen zwischen Chicken und zwischen Devil. Eieieiei, Timos. Nein, Timos. Du machst das, du bist der Robi. Nein, er hat es geschafft. Aber ganz knapp, ganz knapp. Also wenn hier die Hennen das Nachsehen haben, dann... Bei Hennen können die Fliegen, ne? Aber hier, der liebe Waldemar hat aber auch ganz schön mitgehalten, auf jeden Fall. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Hier erst mal was zu essen für euch, ne? So, der Timos HD kriegt natürlich hier Melone, ne? Und mein Team Gold-Effel. Nein, nur Spaß. Ach, jetzt hat der Waldemar sich umgezogen. So ist das also. Na, siehst du mal. Ja, 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 ja. Ich hab das gesehen, Waldemar. So, wir schauen mal währenddessen. Gebratetes Fleisch. Wer hat denn gerade Lust auf gebratenes Fleisch? Timos HD, du isst gerade Melone. Da wird ein Apfel gegessen. Hat irgendjemand Lust auf Gebratenes? Genau, wenn jemand, wenn jemand, wenn jemand ganz dringend Essen braucht oder so, ne? Sagt natürlich Bescheid. Ne, weil wegen dem Sprinten und so, ne? Ganz wichtig. Liquid Stash, okay, Liquid Stash, ich heil dich mal. Du bist geheilt, du hast jetzt keine Hunger mehr. Ja, Steak. Ach, hier sind sie alle. Die stehen hier alle schon. Das sind die Profis. Sveni, sitzt wieder in der Ecke. Ich hab dir extra einen Steak gemacht. Ja, kriegst du nur einen Steak. Ja. Ne? Oh, hier. Der Cube. Wer, wen ich heute vermisse, vermisse ist gut. Wer heute nicht da ist, ist, nein, das ist als böse. Gar nicht. Black Unicorn, das letzte Einwohnung, wo ist das? Ja, vielleicht ist es ausgestorben. Wer weiß, ich weiß es nicht. Wer hat heute dir Fleisch? Der Marumark hat einen Bank, wo ist er denn? Ja, ich bin schon unterwegs. Ne, wenn ich, okay, gut. Ich habe gerade die Leiter hoch. Okay. So, elf Leute, schauen zu. Seid alle herzlich willkommen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Wir achten natürlich immer auf den Twitch-Chat. Stellt uns gerne die Fragen, bummt uns zu. Ja. Wenn wir fallen, Delta High, dann müssen wir da vorne wieder starten. Wir müssen also komplett von vorne. Wir gucken jetzt gerade mal hier. Moment, da ist gerade einer runtergefallen. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen schneller hin. Moment. Das ist ein Bestes. Hier, hier sind sie alle. Die können sich auch hier hinporten lassen. Und dann müssen sie das komplette Ding von vorne starten. Und wenn sie es in der Zeit nicht schaffen, dann sind sie auch raus. Game over. Die fallen hier gleich alle runter. Gehen dann hier unten an der Seite wieder rein, wo der Pfeil ist. Und müssen da alles nochmal von vorne anfangen. Hart aber fair. Atombombe. Mach mich nicht schwach. Ich schau dir zu. Ich sehe das, was du hier machst. Na, alle, die Essen brauchen oder so, die heile ich natürlich gerne. Marumark hat schon wieder einen Bug. Was hat der denn für einen Bug? Ja, der ist zurückgebugt worden. Ich habe ihn wieder dahin gesetzt, wo er weggebugt worden ist. Okay. Ja, das ist halt Minecraft, liebe Freunde. Ihr wisst ja, wie es halt ist. Leider können wir da immer nicht viel ändern. Wir versuchen es immer so perfekt. Ja, Atombombe hatte jetzt aber gerade genau den gleichen Bug. Okay. Ja, Minekraft. Benutzt am besten die 1-7-10, liebe Freunde. Immer bei unseren Events. Wir können zwar auch mit 1-8 bei uns joinen, aber 1-7-10 ist immer am besten. Das scheint tatsächlich die Stelle hier zu sein. Moment, ich bin gleich wieder da für euch. Wenn nicht, kannst du die irgendwie umändern, die Stelle, oder was? Wird schwierig, weil die die ganze Zeit wieder auf diesen einen Block zurückgeportet werden. Okay. Also jetzt nebenbei wird es schwierig. Taktum HD, es gibt noch ein paar Prüfungen. Ich weiß nicht, ob er uns tatsächlich hört. Und alle Leute, die bei Twitch zuschauen, gebt mal Ausraufferzeichen Multi ein. Da könnt ihr von mir und dem lieben Duri zusammen die Streams sehen. Da seht ihr gleich beide Sichten. Und da war gerade der Gego. Asha? Ich bin oben. Devil Mäuse haben mehr Skill steht im Chat. Yeah. Das ist fucking awesome. Takti war der erste, der hier durch ist. Der hat einen anderen Kopf auf. Ich hänge hier gerade ein bisschen. Ich kann die Lobby nicht verlassen. Du häng. Ja, das ist ja normal in der Lobby. Die kannst du auch nicht verlassen. Ja, ne, ich bin ja nicht in der Lobby. Wo bist du denn? Äh, außerhalb davon. Ach, echt? Oh, hast du es schon geschafft? Ja, hier. Ich habe das nicht verpasst. Ich habe es verpasst. Hast du es schon geschafft? Oh, Moment. Ja. Warst du schon durch, ja, ne? Du warst schon durch, oder? Joa, ich war schon durch. Hoffe ich für dich jetzt. Ne. Und, äh, lol Skyboy. Hallo. Ja, das ist. So, natürlich, ähm, geben wir euch natürlich immer ein bisschen was zu essen. Für diejenigen, die ganz dollen Hunger haben, natürlich. Äh, kann ich, äh, den Kompass von letz- Wie letzte Woche? Ja, ja. Ne, da habe ich ihn auch schon verloren, ich weiß. Ne. Hahaha. So, wir haben noch 150 Sekunden. Ich schaue mal, wie viele Devil-Mäuse sind denn hier noch? Oh, hier ist ein leichter Überhang. Ja, ja, ich sehe das schon. Aber ich habe da ganz Vertrauen in mein, ich habe da völlig Vertrauen in mein Team. Ja. Was ist das? Huch, was ist das hier? Ähm, der geht um Verstärkung. Natürlich auch für Mäuse, ist ja ganz klar. Aber, ähm, es wird ein harter Kampf. Also, Freunde, es wird ein harter Kampf. Wir sind in der Unterzahl. Ich habe es auch schon gemerkt. Das ist sehr deutlich hier wieder. Hallo, Cammy. Ich gebe euch natürlich einen Kopf. Du müsstest mir natürlich sagen, was du für einen Kopf haben möchtest. Entscheide ich gut. Loll, Skyboy! Ich bin zwar nicht Seta, aber ich habe mich auch gerade gesehen. Und wie gesagt, BabyHonor. Mach dir keine Sorgen, man muss essen, das wissen wir. Jeder Mensch muss essen. So, währenddessen kriege ich eine Steam-Nachricht tatsächlich gerade. 100 Sekunden sind es noch 90 Sekunden. 90 Sekunden, ja, es wird langsam knapp. Wie viel haben wir denn noch auf der Flamme? Ja, ich gucke gerade tatsächlich mal. Also, ist hier überhaupt noch jemand, der hier rumschwirrt? Außer Rania sehe ich niemand. Aber das ist ja... Stopp, wir sind zwischendurch noch weicher. Hühnchen! Moment, ich gucke gerade noch mal. Genau, wir wollen natürlich den Glory natürlich... Sein Team natürlich ist auch supergut. Schuss mal, du hast keinen Kopf? Im Endeffekt seid ihr natürlich alles THF, liebe Freunde. Sehr, sehr geil, dass ihr immer dabei seid und immer uns so unterstützt. Herzlichen Dank dafür. Mäuse! Ja, ich glaube nur noch einer, aber die müssen wir natürlich die 60 Sekunden... Ja, der ist nur unterwegs. Ja, natürlich, klar, selbstverständlich. 50 Sekunden. So, TrueSmile! Na? Wo ist er denn eigentlich derjenige? Ich such ihn gerade hier noch. Ähm, am Anfang war er gerade noch. Ich glaube... Ich glaube, der ist noch ziemlich am Anfang. Da will jemand einen Kompass haben. Mh, Liquid Starch. Mh. Achso, äh, Salikan, ja. Tatsächlich, dich habe ich gerade vergessen, das tut mir leid. Mh. 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 Mh.